Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, zu ihnen zu reden. Die Reformen voll stolz gefragt, schweigen, bewegen, gefolgt und ergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, zu ihnen zu reden. Die Reformen voll stolz gefragt, schweigen, bewegen, gefolgt und ergeben. Sie sagen, was bestört ihr euch, euch geht's mehr heim, das weiß ich gut. Woanders hungern sie und wir bekommen von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein, wir sagen, was bestört ihr euch, euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und wir, bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein, besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Silvia Mayer, I would like to inform you that through this power, we shall be able to conquer the power of racism, the power of capitalism, the power of colonialism. Through solidarity, we shall overcome. Amen. Amen.